Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von GenFM Me myself in Elsässer Unser heutiger Gast heißt wieder einmal Elsässer in seiner Funktion als Chefredakteur des Verschwörungsmagazins ComCac Guten Tag Ich grüße Sie Ähm Elsässer, was sind Sie denn jetzt konkret? Also für jemanden der eine Schublade hat und Sie gerne reinstecken würde Stehen Sie in der Mitte? Sind Sie rechtsaußen? Sind Sie linksaußen? Oder sind Sie beides? Was glauben Sie? Wo sieht sich denn ComCac? Zwischen Fokus, Spiegel, Junge Freiheit, Junge Welt, bisschen Titanic oder wo sieht sich ComCac? Wen will das ansprechen? Verkaufen Sie genug, um davon leben zu können? Wie souverän ist Deutschland? Wo driftet die Bundesrepublik eigentlich hin? In den Orbit? So, jetzt viele Fragen, ja Weder links noch rechts Antisemitisch Das könnt ihr ja auch sagen Das habe ich erst gelernt, nachdem ich mich aus dem linken Kosmos gelöst habe Die Entwicklung von ComCac ist beschissen Türken und Araber lesen gerne ComCac Auch große Teile der Rechten, die zum Zionismus übergelaufen sind Das Ziel ist natürlich die Atomisierung der Gesellschaft Um eine Maximalisierung der ComCac-Hundschaft zu erreichen Also mehr verkaufen zu können Die USA beim Befreien von Deutschland von Anfang an verblendet Wie wir Deutschland wieder souverän Dominanz der neuen Weltordnung kaputt machen Giftgas einsetzen Und auf andere Bomben niederregnen lassen Wem Deutschen Reich unter Adolf, ja Dann ist Polen offen Im Bündnis mit Al-Qaida Das ganze Land in Schutt und Asche legen So wird es enden Neonazismus lehne ich ab Aber trotzdem will ich Europa schützen Vor Untermenschen Wenn ich das versuche ins klare Deutsch zu übersetzen Sie wollen das Reich wieder haben Möchten Auf Menschen schießen Ist das so richtig? Im Grunde wäre das Die beste Lösung Nicht Nägel mit Köpfen Sondern Nägel in die Köpfe Elsässer tendiert in die Richtung der neuen Rechten Was treibt diesen Mann an? Elsässer ist ganz schön clever, ja War bei den Bilderbergern Danach hat er die Seite gewechselt Ein knallhatter Typ Hartkern Allerdings muss man auch sagen Für Leute, die nachdenken Eher ein Rechter, ja Die neuen Rechten Was ist das überhaupt? Altnazi Faschisten Neue Rechte Sind als Gefahr Größer als die NPD Das Spezifikum ist Den Rassismus Umzudrehen Drehen Mit antifaschistischen Argumenten Auf einer ganz primitiven Ebene Stimmt das? Dass Sie da sympathisieren? Absolut Stehen Sie in der Mitte? Sind Sie links außen? Sind Sie rechts außen? Oder sind Sie beides? Ich bin gegen die Menschen gerichtet Die Deutschen sind eigentlich gar keine richtigen Menschen Die könnten wir alle vergassen Kommt dann da noch was? Das ist so denkfaul Dieses linke Mainstream-System Embedded Embedded Schubladen Schubladen Mit der Zeit bin ich aufgewacht und hab gemerkt Russia Today Die Ermordung von JFK Der Selbstmord von Uwe Barschel 9-11 Beate Zschäpe Die einzig Überlebende Schuss in die Schläfe Gender Mainstream NSU 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 Daff 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 Wegputzen Elsässer Sie sehen völlig durchgedreht aus Da würden sich viele Ungereimtheiten erklären Das war Elsässer, Chefredakteur von Comkak Es gibt eine neue Comkak-Spezialmagazin Es nennt sich 8,80 Euro Und kauft es euch, lest es und dann kloppt euch Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt verwirrte Menschen Wir kommen wieder Abschied